Die winzigste Tanktram, die es wohl gibt, wird ein Geschenk für meinen Enkelsohn, aber eigentlich mag ich sie auch. So ein kleines Teil überall dabei und kannst Musik und machen. Ich habe jetzt mir etwas einfallen lassen, wo ich das hinstelle. Hier in der Papphalterung. Damit es sicher steht. Übrigens hier kann man sehr gut selber machen, so einfache Schläge. Einen einfachen Flummi nehmen und einen Schaschlikspieß rein und schon haben wir so ein Ding. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und zwar klang ich nicht an die großen heran, aber für die kleine Größe ein nettes Gadget. Überall mit hinnehmen, in jeder Hosentasche und mal eben schnell Musik machen.